Oder wären wir wieder? Wir spielen jetzt noch eine Runde und wir sind hier unten SG-28. Da war ich gerade drin. Ja, schönes Spiel. Ein Hase, Alter. Ich folg dem jetzt. Oh, mein Bunny. Oh, doch nicht. Warte, ich schick dir ein... Ich war ja doch ne Olle. Ich dachte, das war ein Hase. Los, nimm an. Ja. Warte, ich vote mal für eine Map für Flux. Rote auch geflügt. Nee. Aber ich will nicht, dass Produzierung gewinnt, man. Jenny, bitte. Ich hab doch gesagt. Ich hab einen Wolfsgenalte. Ach, jetzt sind alles stehen geblieben, oder? Oh, mir noch nicht. Pff, ich bin... Jetzt... Die eine Sprache sitzt einfach auf den... Die saß einfach auf den Schultern von dem Typen gerade. Obwohl das ja gar nicht geht. Äh... Rennen wir in die Mitte, ja. Und dann die Treppe da hoch, okay? Oder irgendeine Treppe, ja. Gleich die Treppe hier hoch. Nein, wir rennen in die Mitte, nein. Wir haben ja mehr Kisten. Weil ich verkack nämlich die Mitte rennen immer. Ja. Ja, dann rennen wir da die Treppe hoch, okay. Scheiß, ich bin erst mal ins Wasser gesprungen. Das ist doch wie wenn ich ein paar Kisten übersehe, ich bin einfach mal schnell weg. Mann, ich hab diese scheiß Bücher einfach nur. Achtung, na komm, jetzt warte die Treppe hoch. Tschüss. Rennen schnell weg, ja? Wo bist du, rechts oder links? Rechts. Rechts. Ich bin rechts hoch gerannt, du. Ja, die Treppe, diese Steintreppe da oder was. Hä, wir waren in der Höhle. Ja, ich bin raus gerannt. Oh, ich nehme jetzt die Steintreppe. Wo bist du denn? Ich hab noch nicht gleich. Wo bist du denn? Du bist du behindert? Ich bin die Treppe natürlich hoch gerannt. Ah, warte, bleib stehen, ich seh dich. nicht die Stiftung ist erkannt in CDS ich habe gesagt ich bin ich steinte hochgegangen und du kannst die Holztreppe hier ist die Steintreppe und ich bin voll die andere Seite gewesen damit wir gehen nur hoch bist du unter mir? Nein ja sonst bist du immer woanders mach ich da in der Kiste wahl schon, oder? Wo bist du denn? Bist du behindert? Ich bin hier oben Achso, ach, ach wie du dich ausschaffst Oh, da ist einer drücken weh aber nicht dass der einen schwechlichen Wert hat da hat kein Spaß, ich sehe dich schon oh geil, der trifft mich fast in die Stiftung die ganze Zeit oh, da rennt er nicht so weit, ich will ihn auch mal treffen der ist gerade geflogen, ne? ja, weil ich ihn weggeschlagen habe ist er tot? ja oh, der hat denn noch gar nichts, Alter ja, wir wissen nur, also oben mal raus in die Kiste ich hab ne Angel und Brot und noch Hühnchen und Fisch und Weed kommt, wir rennen links rum und du hast nochmal Weed ich kann mir ein Brot machen mein Gott, ich bin stolz auf dich mein Gott, ich bin stolz auf dich oh, ich dachte gerade, warum ist hier einfach nur der Name gewesen da ist ne Angel, sind Angel drinne ich muss, ich muss was essen komm, wir gehen hier hoch diese hässlichen Bücher nerven mir mal voll, ne? die kamen waren vorher nur nicht, also wie ich angefangen habe, auch nur die Kip zu spielen waren die nur nicht da aber wie hoch ist denn das hier? keine Ahnung, das ist bestimmt die Kiste, ja hier ist ne Kiste ich hab noch mehr Weed und ein Erfahrungslöschen und ein Kompass brauchen wir ich seh da ne Kiste oh mein, das hast du durch den Geburt, ich muss meine Batterien wieder reindrücken what the fuck jetzt gehts da ist sogar noch was drin, Feuerzeug und ein Mockingway was ist das denn los, Alter, ich hasse meine Tastatur was ist ein Mockingjay? da klick rechts, klick auf und such dir was aus aber was gibt es auch oh, ich wäre fast runtergefallen, Alter oh, ich nehm Steinschwert Mockingjay ist einfach nicht egal, ich hab mir auch, ich hab auch ein Mockingjay ich hab ein Kettenhemd ausgesucht, weil es ist kein Schwer zu ausweichen komm, wir gehen hier wieder runter hast du was zu essen? ja, brauchst du was? ja reicht das? ja, das reicht ok meine Tastatur ist scheiße, Alter, ich hasse sie what the fuck ich werfe von der ok meine Tastatur ist scheiße, Alter, ich hasse sie what the fuck ich werfe von der ich bin einfach von Wahrheit sich runtergesprungen ich bin von der kopfgegeben ich bin von der kopfgegeben oh, hey, Drain wir kommen hier her du bist du ich bin untergestellt ich auch ich bin genau neben dir, Alter ach so, ich hab dein Schwerg gesehen oder ist jemand da drüben? die gehen da, wo wir gerade hochgegangen sind und du wir kriegen ja Schaden hm ich bin schon mal gestorben wegen Asi-Brain ich war richtig gut ausgerüstet und war einfach aber an einem Ort, wo es nichts gab, wo du dich unterstellen konntest oh mein Gott ich weiß ja nicht, ob das das Glückste ist, so weit runter zu springen, aber ich geh da nicht runter, Alter Alter, ich bin nicht gestorben ich hatte volle, volle Herzen ich hab jetzt so noch jetzt, mir fehlen nur drei, Alter boah bist du auch runtergesprungen? oh mein Gott ach, schreck mich nie wieder so, Alter ich muss was essen und da sind wir, glaub ich, gekommen wenn du noch was hast, hier lang gehen ich werd's gar nicht was? wir dürfen nicht so weit auseinanderpatschen da oben ist ne Kiste da oben ist ne Kiste war was drinne? hm, nicht, was du gebrauchen könntest ich glaub, es war wieder so wie drüben, ich muss kurz essen ich muss kurz essen ne, ich hab noch ich hab einen Ball ne, aber das ist einfach wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo nur Workbench sind wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo nur Workbench sind wir brauchen mich, kann nicht ganz zu blut machen da muss ein Haus, komm, wir gehen dahin ja, noch mehr Weed ich kann mir jetzt einfach schon was ist zwölf durch drei vier, ne, vier Punkte machen ne, vier Punkte machen bist du auch hier hoch zum Haus? warte, ich komme hä, wo kommt man da hoch? es sind einfach die Steinbocker ich muss erstmal den Eingang finden hier ist ein Eingang ist ja wie Jude, Superjum auf jeden Fall hä? wo ist denn der scheiß Eingang, du Motte? Mann, hier ist so ein Fenster, so zerbrochenes das sieht mich nicht immer so an, du Schlampe ich hab ne Workbench gefunden bist du im Haus? ja oja, aber vor allem nicht anziehen, oder? wo ist die Workbench? wo ist die Workbench? wo ist die Workbench? wo ist die Workbench? Alter, deine Angel ist in mir drinne nimm die raus alter, Mann, das ist nervig ich habste das auch immer richtig ich bin denen bis Schnur gegangen oh, da kommen wir nicht hoch das ist einfach so ne schwarze Wand und sie hat schwarz gesagt einfach so wie viele noch uns sind, Alter also noch da? das ist gar nicht mehr so viel ich lege richtig ne ich werd grad fragen, ob da ne Verzauberungsding drin war das ist doch gar nicht geht doch gar nicht ich geb da nur mal einen damit also glaub ich zumindest ich werd ja nichts behaupten, aber brauchst du in Wörsen noch Anrüstung, Oberteil oder so? ne Hose und Schuhe? Schuhe ja genau die gleichen, die ich auch jetzt hätte geben können dann hier sind wir aber noch was zum Fressen ja komm, komm erst mal mit oh, die Kiste oh was ist denn das? oh Gott, ich dachte grad da steht jemand aber da war einfach niemand aber wie viele Angeln da einfach drin sind, ey drei Angeln und zwei, also ein Liederschuh warte ich geb dir was zu essen hier ist Brot ich hab mal aber noch mehr essen, also wenn du was brauchst sag einfach Bescheid, ja Räuberfotzenklotzen oh Gott, da ist jemand da ist ein Team Team Jenny Jenny, Jenny renn Jenny gehst in die Richtung bis zu Bildern Mann, ich hab die jetzt erst geht ja, ich bin doch hinter dir Scheiß, die kann man aber nicht tun, ne? ja, ich hab kein Schwert da kann man nicht mehr wir müssen richtig schnell flüchten einfach um so gucken, ob man ins Wasser springen kann oder so, ja ist da was drinne? oh Gott, Jenny renn oh mein Gott, ich bin grad oh, ich hab nur noch ein Herz Alter, ich bin auf dem ich hatte nur noch eins ich hab vier warum rennst du schneller als ich? oh Gott, zwei Danvers die werden einfach ich abkarten, sind die immer noch hinter uns? Hallo, guck mal, ob die noch hinter uns sind oh mein Gott. oh mein Gott, Spiders hier kann man ins Wasser springen, wollen wir runter? oh Gott, ich muss wegrennen die sind glaub ich hinter mir, was ich bin irgendwo, oder? hier kann man ins Wasser springen ja, die sind hinter uns, Alter, wie die hinter uns sind, ey bist du ins Wasser gesprungen? nein wollen wir? nein, ich bin schon weit weg oh Gott, jetzt rein Oh, da ist jemand, Alter. Oh scheiße, das ist ein Haus, das ist einfach eine Rolle. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich hab nur noch drei Herzen und sprinte ich nicht mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße, Jenny! Oh mein Gott! Wird beide hinter dir? Nein, ich hab aber nur noch ein Herz und ich muss hier grad im Wohnen runterklettern. Muss uns essen. Ich glaub, die sind nicht mehr hinter mir. Ich glaub, die sind auch nicht mehr hinter mir. Ich ess jetzt erstmal Brot. Jedenfalls seh ich sie nicht mehr. Wo bist denn du? Ich bin nach ganz unten irgendwie gelaufen. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich bin auch an dem Wasser. Schon weiter lang. Oder bist du nach ganz ganz unten, oder? Weiß ich nicht. Ich bin hier erstmal und versuch zu wecken, Alter. Ich auch. Ich renke auch erstmal. Aber ich brauch was zu essen. Ich hab nur drei Brauchtocks. Fuck, ich hab media. Wie sind die? Ich bin hier hergekommen. Oh scheiße, die Kiste ist leer. Hier war schon jemand. Ich hab Angst, Jenny. Murdering Carrot has been eliminated. Eliminated. Ich bin auf dem Wasserflug. Ich gehst bei dem Wasser runter. Also, das Wasserfall, Alter. Ich sehe auch einen Wasserfall. Ich bin über einen direkt über den Wasserfall. Geht der Wasserfall, musst du dem, müsstest du dem Wasserfall hochgehen? Oder bist du oben? Ich müsste den runtergehen. Okay, wo bist du denn durch? Ja, du müsstest eigentlich in deinem Böllnern in der Nähe sein. Ich bin unter so einem Stein-Ding. Also unter so einer Steinbrücke. Ich bin unter irgendeiner Holzbrücke. Ich glaub, jetzt kann ich mich wieder rauskaufen. Aber ich will da nicht hingehen. Alter, da sind Menschen. Da ist das Zweierteam. Hast du uns verfoltert? Ja, da lauf ich nicht lang, Alter. Tut mir leid, aber wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Ich hasse dich. Bleib doch im Wasser und schwimm dem Wasserfall runter, dann kommst du zu mir. Glaub ich. Ja, ich bin nach dem Wasserfall schon runter. Bist du an so einem Steinbrücken? Da oben ist jemand. Ich glaub, ich hab den auch gesehen, aber ich bin grad im Wasser auch selber. Oh, ich krieg von Gänsehaut, ich hab... Oh, da oben ist jemand, der kommt auf mich zu. Nein, 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 nicht töten, nicht töten. Oh, Toto. Verfolg mich und sag mir, wie ich lang soll. Warte. Warte. Warte doch. Soll ich stehen bleiben? Nee, da war ich nicht bei der Barucke. Okay. Oh mein Gott, ist da jemand grad gewesen worden? Äh... Ich sehe keinen. Ja, so kann ich die Holzdrücke hier lang gehen. Ähm... Warte. Ähm... Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon, ist da am Ende jemand, oder nicht? Nee. Okay. Oh, das ist ein Christian. Ja, klar, drei Angeln und Rockenflächen. Ich schau mal, natürlich mal. Naja, ich nehm's Rockenflächen, weil ich vielleicht bin ich ja irgendwann so in seiner... Oder ich seh den Namen, ich seh zwei Namen. Scheiße, Jenny. Ich hab Angst. Oh mein Gott, soll ich ins Wasser rennen? Wo sind denn die? Da sind die... Soll ich runterspringen ins Wasser? Alter? Ich bleib erst mal unter Wasser, damit die mich nicht sehen, ja? Wo laufen die lang? Guck mal. Alter, das sind vier Stück! Die sind dir hinterher gesprungen. Oh, scheiße. Ich glaub, ich werd sterben. Ich hab richtig Angst, ne? Die kämpfen aber da grad mit jemand anderen. Schwimmen halt nicht weg. Ach so. Meteorschauer, Alter. Ich dachte grad, hält mich grad jemand an, aber mich hat gar niemand angegriffen. Ich mach das leider kurz, Alter. Meteorschauer. Achtung. Oh Gott. Hast du's gesehen, Alter? Ja. Ist jemand hinter mir her? Oh mein Gott, da sind's. Nee. Aber da sind welche. Ich hab Angst, Jack. Ja. Warte mal, ich guck mal. Ich bin halt voll die Frise. Ja, wo sind die denn? Die waren unten im Wasser, ich bin ja nach oben geschwommen. Was für unmöglich ist. Weil das voll schwer ist im Anstand. Okay, ich seh sie, ich seh sie nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, aber einfach mal schon. Oh ja, klar, Alter, hier. Hier ist ein Dünn, Dünn ist dem Wasser und ich fall' natürlich rein. Sie hat rein gesagt, einfach so. Hier oben ist ne Kiste drin, Alter. Wo? Im Haus? Also hier in diesem komischen Mistding, Alter. Die ist braun aus Holz? Ja, wo du grad rumläufst. Muss denn der Eingang? Ach, muss ich da hochklettern, oder? Ja. Schon muss ich nicht. Ich hab' nicht gewimmert. Ich will nicht mehr, dass du mein Typ Papa bist. Ja, die ist leer. Ja. Jetzt komm' ich am besten mal nicht mehr in die Ingenie rauf. Rutsch, quatsch. Stimm'n Lachen! Oh, wie psychisch hat sich grad deine Lache angehört. Genau. Psychologisch. 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 Sag mir mich eigentlich gut? Was? Sag mir mich gut. auch da oben bist du schon Stoff zu beantworten es sind und ist und ich glaube ich komme nicht weiter hier ist keine Kiste es ist ja auch nicht irgendwo ein Weg da oben ist dann nur gelogen nicht und vielleicht bin ich ja da sicher aber ich sehe einen Namen oh mein Gott Jenny das sind Namen, das sind zwei Namen wo denn? da unten die kommen in meine Richtung die wollen mich töten oh ich seh die oh mein Gott ich nie well Dante und Chief Checker die haben mich nicht gesehen oder? ich glaub nicht die laufen nämlich genau wieder in die andere Richtung die laufen wieder zurück ein Glück alter ich hatte so Angst gerade das glaubst du gar nicht oh hier oben ist irgendwas hier sind auch hier Steine da komm ich nicht weiter da komm ich nicht weiter man jetzt bin ich vormsonst rückgelaufen ich hab einfach nichts aber ich bin trotzdem voll weich und auch noch ein und dann komm ich im Finale oh nein Jenny im Finale oh Gott ich hab mich mal schwer oh ich wollt grad sagen warte ich geb dir meins aber lass mal oh man ich sag jetzt komm meistens im Finale weil ich voll gut wegrennen kann aber ich bin trotzdem voll schlecht sowieso die anderen kriegen voll gute Sachen irgendwie ja weil die so viele töten ähm die mei die meisten Sachen kriegst du immer nur davon wenn du andere tötest ja aber wir können ja niemanden töten weil wir einfach moobs sind und ich wurde angeschrieben alter kann ich nicht mal aufhören anzuschreiben das geizt du immer noch? oh ich nehm sogar auf äh das kann man jetzt in der Aufnahme sehen ne kann man nicht weil es nämlich auf meinem Handy ist auch so außerdem wenn ich äh mit Raps aufnehmen und jetzt mein Browser starten würde und das Internet gehen würde und mir Pornos angucken würde lautlos die würde man auch nicht sehen weil es nämlich nur Minecraft aufnehmen oh mein Gott ich bin im Finale und ich habe nichts das muss man erstmal schaffen ne und das ist ein Team und Scheiße wir sind nur noch wir sind nur noch drei Spielern guck dich die beiden an die werden wahrscheinlich ich renne einfach weg und die lass die bekämpft haben wenn ich auf jeden Fall okay alter hier liegt hier den Schwert herum ne ja aber die sind eh gleich gut wo liegen die denn wo sind die denn hier hinten alter wo die standen lauf einmal rum und dann kriegst du die Schwert das ein verzaubertes Eisenschwert wo denn oh mein Gott genau hinter dir das ist eh sterben ich war eins ich brenne einfach und ich kann das nicht in meinem Inventar nehmen ne oh doch ich hab nur noch ein Herz äh ok ich hab mehr Herzen aber Scheiße das war so kleiner weil die nur geziemt haben aber ich hatte das Eisenschwert ich hab verzaubertes ah jetzt müssen die kämpfen jetzt teilen die unter sich auf alter guck mach mal Aufnahme beenden tschüss tschüss meine lieben Leute tschüss